Hallo Leute und willkommen zu Let's Play, äh, äh, Flatout 2, mit Kirschi im Analhauser wieder. Äh, ja, wir zocken jetzt einfach mal online da, äh, rechts im Chat, wo Freddy und der Geist hier, dass uns so ein, äh, Spaß so in meinen, äh, äh, Server kommen, weil ich zu dumm bin, irgendwas einzuwechseln, bla bla bla, und jetzt zock ich mit Kirschi. Kirschi? Ja? Sag was. Äh, was soll ich sagen, ich hab grad hier ein paar Audio-Probleme gehabt und anscheinend macht mir mein Fraps-Probleme, weil irgendwas ruckelt. Hä, wie, Sprachlautstärke, ne, irgendwie ist die Musik zu laut, sorry Leute, wenn das zu laut ist, aber egal. Oh, okay, ich... Also in meiner Testhochner war's nochmal. Ich muss jetzt kurz mal eben, äh, die Aufnahme nochmal pausieren und mein Fraps ändern und bin gleich wieder da. Wieder da. Sachen kaputt machen muss, bla bla bla, gehen wir mal auf Wagenwechsel. Ne, Kölbe. Okay. Ich hab eigentlich gemacht, dass wir nur, äh, 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 Straßenklasse nehmen sollen, also, lass mal welche aus der, ähm, Straßenklasse nehmen, okay? Okay, warte, Straßenklasse ist da hinten. Okay. Also, ich, ne, ich weiß schon, welchen Wagen ich nehm, ich hab'n gew- gewählt. Ich nehm' Bulli GT. Ich hab' so keine Chance mit meinem Wagen, aber egal. Okay, äh, Spielteile ist, äh, einfach rennen, starten muss ich jetzt? Ja, einfach nur rennen, starten. Ähm. Warten auf Auto. Laden. Rennen starten. Ah. Oh, fette Engine, Alter, oh! Oh! Fuck. Boah, ich hab' voll den schwerfälligen Wagen, Alter. Oh, scheiße. Hier, ich hab' gerade die Kamera anstecken, Alter. What the-pah! Haha, das hat's ungesund angehört. Was ist zurücksetzen? R, glaub' ich. Oh, danke. Bitte. Wo bist du? Vorne. Oh, erstmal fährt nie True Reiner. Oh, und ich bin schon wieder tot. Ich warte mal kurz hier auf dich. Mwaaaaaaah! Ahaha! Guck- guck dir mal mein Auto schon an. Okay, ich warte. Hallo, Kirschi! Ohoho, oh mein Gott! Ich glaub' wir, wir sollten eher Derby oder so spielen, nur ich zumindestens. Ja, du schon. Kann auch Rennen fahren. Ich nicht. Merk's. Voll nicht mit diesem Wagen, Alter, ist viel zu schwerfällig. Ich muss mir erstmal in so ne Rennsteuer, ich hab so lange keine Rennspiele mehr gezockt. Ich ruf mir hier erstmal fett rum. Oh, Alter. Guck dir mal mein Auto an. Ich glaub' mir fehlt ein Dramm oder so. Und das geht jetzt vier Runden noch. Du weißt schon, dass dein Auto auch kaputt gehen kann und dass du explodieren kannst. Gut. Hallo. Boah, ich find die Wagen scheiße, aber mein Auge brennt. Dann juckt dich. Hab ich. Ich darf nicht zerkratzen, aber ich sag' dir. Ich bin schon wieder rausgefallen. Boah, guck dir mal ein fetter Snatchel, du Pisser! Aaaaaah! Aaaaaah! Mir fehlt ein Rad! Mir fehlt auch ein Rad! Du Hund! Wegen dir ist mein Auto komplett im Arsch! Mein eines Hinterrad fehlt! Du meinst auch, mein linkes Hinterrad! Du meinst auch! Hallo! Ja! Ihr habt dich geschrottet! Rennen ansehen! Nee, ich will was anderes machen! Okay, lass mich noch mal gehen! Ich bleibe gegen uns! Ich bin tot! Drück zum Enü! Äh, Wagen wählen! Aber irgendwas stimmt mit meinem Computer nicht! Ich glaub' der ist unterfordert, weil es ruckelt! Scheiß, doch Schwerkraft! Lass Rocket nehmen! Ich nehm Rocket! Okay! Ich nehm... Ich nehm's Flatmobil! Oh, das... Nein, das Flatmobil ist zu übertrieben, Alter! Ja, eben, genau deswegen ja! Nö, das lass ich nicht auf mir sitzen! Dafür nehm' ich jetzt den Schulboss! Oh, Alter! Okay, lass, äh... Geh auf okay! Ach ja, stimmt, ich muss auf bereit gehen! Ich nicht, ich muss einfach nur das Rennen starten! Ah, ich muss mich kurz kratzen! Ich auch an den Eiern! Ah, mein Eier geht's auch wieder gut! Boah, Schulbrust-Action-Mor-Fucker! Ah! Ah! Nicht übertreiben! Übertreiben nicht! Okay! Ich chill' hier mal ganz langsam! Oh, und dann kann ich nicht das! Wie schnell du bist, ey! Ich fahm mit dem Schulbus! Ah! Oh mein Gott! Was? Ich hab mich leicht überschlagen! Mein Auto ist jetzt für mich total im Arsch! WAAA! Ah! Hehehe! Au! Weeeeee! Fliegt! Oh, fettig! Oh, fettig! Nein, zu Rhyno! Sie fliegen! Sie fliegen! Sie fliegen! I'm gonna do an Internet! I'm gonna do a book! I'm gonna do a book! Hehehe! Ja, ja! Wenn ich weiß, was ihr meinen, ASDF-Movil 3, 4... ... 7 8 9 72! Das neue, äh, das ASDF-Movilied ist genial! Dubstep ist genial! Pff! Scheiß auf Schwerkraft! Dubstep ist das Bestes! Ja! Malweise möchte ich eigentlich nur rappen, aber Dubstep ist wirklich nicht schlecht! Sogar meine Mutter mag Dubstep ohne Scheiß! Meine Mutter sagt ja auch! Das war jetzt eine Beleidigung an Dubstep und an dich selber da durchhauen! Das ist mir egal! Ach ja, ich muss mich ja noch bei meinen, äh, Zuschauern entschuldigen, dass ich so lange ich da war, aber Internet ging nicht irgendwie. Also, der Internet-Sick hat nicht funktioniert! Ich war wirklich zwei Monate lang durchgehend nicht mehr online! Auch in Skype nicht! Hey, du hast doch Kommentare noch geschrieben vor einem Monat! Ja, toll! Wenn ich einmal am PC von Roxys Mutter angehen kann, ey! Der Wagen ist scheiße! Ich will einen anderen! Ja! Ich schrotte mich da mal! Boah, ich hab das Spiel früher geliebt, ey! Ich bin in überall rein gefangen! Ich hab nie rennt zu Ende, glaub ich, gemacht! Ja, sowas hätte ich nicht! Ich hab das Spiel jetzt, äh, auf dem Account, auf dem ich grad spiel, hab ich's durchgespielt! Also komplett... Ja, ich bin nicht irgendwie übertrieben, wie ich mich grad überschlagen hab oder so! Do not so! Gas, 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 Gas! Au, fast 300 kmh! Bei mir lag das Spiel auch ein bisschen! So ist ein Mikro-Rugler! Ja, ich weiß nicht, wieso! Wieso es bei mir auch so eine B-Nate-Rugler gibt, zum Famini-Rugler, aber es gibt's ja! Ja, geht auf, wie geht einfach raus! Hey, normalerweise sind unsere PCs viel zu gut für das Spiel! Sind's auch! Ich glaub, es liegt echt daran, dass unsere PCs beide unterfordert sind! Nicht mehr Minecraft verbrauchen mehr Leistung als das Spiel! Kirche ist Schrott! Ach du Scheiß, ich hab fast 500 kmh gebracht! Ja, ich hab grad so die 120 kmh! Ja gut, ich hab auch nie drein gesetzt! Das ist wie meine Downloader-Geschwindigkeit! Heiß! Ich schau dir beim Fahren zu! Du hast den Mülltonen überfahren! Ja, wo bin ich hingefahren? Ich will mich noch kaputt, Mann, irgendwie! Einfach mit voller Hochgegenwand! Ja, das ist Sport! Da bin ich übrigens! Hi! Hi! Da liegt mein rechtes Rad noch neben meinem Auto! Au! Fahr mir nicht rein! Okay, jetzt hab ich keinen Bock mehr! Okay! Hey, du bist schon raus! Zurück zum Menü, ja! Du bist einfach so verschwunden! Hä, wo bin ich jetzt schon wieder? Oh toll! Kurz Aufnahmepause, bis wir das Spiel wieder gefunden haben! Bis gleich, Leute! 3, 2, 1! So, wieder zurück, Leute! Hier, Flatout! Jetzt machen wir mal irgendein paar Stunts da! Basketball hab ich jetzt erstmal ausgewählt! Mir ist grad aufgefallen, dass ich den 3, 2, 1 mit drauf hab! Hoffe ich doch! Ich nehm den Nucleon! Du dummer Pisser! Ich nehm auch den Nucleon! Du nimmst nen anderen! Okay! Warte! Ich nehm den Rocket! Ja, du schiebst den Rocket gerne in den Arsch! Oh, Rakete! Oh, Rakete! Oh, Rakete! Oh, Rakete! Oh, Brüste! Oh, bei Basketball war ich übrigens schon immer schlecht! Hä, wie geht das überhaupt? So! Hä, fährst du auch? Nein! Ich schau dir gerade zu beim Fahren! Rotaboo! Man schaut, wie viel du schaffst! Ich will die 7, ich will die 7! Oh, du dummer Pisser! Hahaha! Hahaha! Oh Gott, der hat... Oh ja! Oh ja! Das gibt mir den Rest! Komplett! Zu 100%! Ich bin da! Boah! Richtig steilendes Auto da! Deins! Deins! Oh ja! Oh ja! Oh Gott, ich war hier schon immer so schlecht! Das war extrem schlecht! Wenigstens triffst du irgendwas! Hä, hab ich überhaupt was getroffen? Nein, ich glaube nicht! Nö! Hast du nicht! Ja! Äh... Stand fortsetzen! Was? Warte! Ich kann jetzt einen Schluck Koba-Lassie aus! Scheiß auch Schwerkraft! What? Oh! So jetzt will ich in die 7, du dummer Pisser! Oh, der triffst schon! You get marked! Na, you get marked! Na, hab' man das in den Markt! Na, hab' man das in den Markt! Ich hab' nichts geschafft, Alter! Mal schauen, ob ich überhaupt was schaffe! Ja, du hast ja fünf Punkte und kleine Moschie! Fünf Punkte, ja! 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 Nicht genug! Sachen zu essen! Das sieht nicht gut aus! Das sieht gar nicht aus! Oh, du hast trotzdem sechs Punkte gekriegt, du mal Lackert! Was ist denn mit Karsch los? 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 Das Beste überhaupt nicht, mein Estiopheiker tut 1 genau wie ich! Ich könnte genauso einen Anfall kriegen! Nö, könnte er nicht! Du drückst immer viel zu! Nein, tust du nicht! Du drückst immer im richtigen Moment! Nein, jetzt treffe ich die 7! Ja! Ja! Ich werde sterben! Auch ich bin tot! Ah! Enter! Ich fick immer die Enter-Taste! Okay! Dann! Bam! Ähm! Ui! Lass auf die 8 zu fliegen! Acht Punkte! Hä? Wieso bist du in der Luft nochmal geflogen? Wie macht man das? STRG! Ach du tust mal Piss und das sagst du mir jetzt! Ich wusste nicht, dass du das nicht weißt! Ich hätte jetzt 21 verfickter Punkte! Nein, hättest du nicht! Doch! Alle die du schon getroffen hast sind, äh, werden entfernt, da kannst du nicht mehr reintreffen! Oh! Siehst du's? Scheiße! Siehst du was? Ah! Entschuldige! Okay, okay, ich treff die 9! Wo? Wow! Du bist nicht irgendwie gerade extrem hoch geflogen oder so? BAM! DUNK! Fuck you! Ich hab das nicht! Äh... Ich mein, du hast 3 Teile gemacht und ich hab erst 2 getroffen und ich hab trotzdem fast so viele Punkte wie du! Ja, hör auf damit! Ich hab dir jetzt nicht erlaubt! Triff mal nicht! Nein! Okay! Ah! Ich glaub ich treff jetzt gerade echt nicht! Oh! Oh! Fick dich! Das Spiel lag grad so extrem! Au! Ich treff echt nicht! Ja! Ich hasse es! Genau in dem Moment ein Lag! Immer in den wichtigsten Momenten! Ich hasse es so sehr! Okay, jetzt wirst du gewinnen! Ich werde sterben! Oh! Erstmal schön meinen Afterburner reinhauen! Oh! Oh! Das ist zweideutig! Ja! Ganz genau deswegen! Oh ja! Ja! Das ist zweideutig! 8! 88! Bitch! Genau! Was würdest du davon halten, wenn du auf die Goldkette gucken würdest? Relativ wenig! Du hättest eigentlich mehr Punkte! Ich glaub du hast ab der mehr Punkte! Triff mal nicht! Ich würd lachen wenn ich wirklich nicht treff! Wiiiiiii! Tust du mal Pisser! Ich schack dich zusammen! Du hast mehr Punkte oder? Ich hab keine Ahnung! Klar! Du hast mehr! Ja! Ich hab mehr! Zeitpunkte! Und das obwohl ich die... Ey, diese... Angenommen ich gehst... Angenommen ich gehst auf Zurück zum Menü! Dann sind... Bist du wieder außerhalb der... Nein, dann bist du in... Da genau da wo ich jetzt auch bin! Okay! Ja! Ja, du bist da! Äh, lass mal Strecke wechseln machen! Okay, ich kann das ja nur... Lass mal jetzt, äh... Äh... Fehlt Goal machen! Okay! Ist das gut? Ja, aber ich war nie gut drin! Okay, dann nehme ich jetzt mal den... Horst hat die Spieloption... Ich scheite gerade mit dem Horst, du Hure! Entschuldige! Ich nehme den Trialblaze, ich finde die richtig geil! Nimm du auch einen anderen! Ich hab einen anderen genommen! Du hast den Nukleon genommen, die hast du vorher nicht, die hatte ich stimmt! Wie geht denn das? Was soll ich machen? Du musst, äh... Da dran vorbeifahren und dann... Durch das Field Goal, durch das... Die eckige D da hinten durchschießen! Und... Die schnellste Zeit zählt halt! Tust du nur so, oder bist du grad wirklich extrem schnell? Genau! Er fährt einfach alles... Ja! Weißt du, dass du extrem cool bist? Du hast erst vorbeigeschossen und zweitens... Einfach alles... Alles umgefahren, was dir im Weg stand! Soll ich das nicht machen? Du solltest versuchen auszuweichen, eigentlich! Weil das zu Zeit spart, aber... Ich mein, du kannst auch mitten durchfahren, ich sag nicht, dass es nicht falsch ist... Äh, dass es nicht richtig ist! Ach, scheiße! Und du fährst fast auf die Fresse! Ich hab gesagt, du fährst fast auf die Fresse! Nein! Huiiii! Au! Au! Wartest du schneller? Nein, schneller als 0 Sekunden kann man nicht sein! Hab ich 0 Sekunden geschafft? Ja! Weil du daneben geschossen hast! Ja, das ist doch super! Ja! Das schieß jetzt immer daneben! Dadurch verlierst du voll! All deine Fresse! Oh, verpiss euch, du Huren-Syn! Ich bin doch chill! WUAAAHH! Nein, nein, nein! Oh! Das ist blöd gelaufen. Das tut mir wirklich leid für dich. Unglaublich, das ist nicht zu fassen. Gas. Gas oder Gas? Was? Gas oder Gas? Gas, aber Gas ist auch ziemlich gut. Aus dem Weg, ihr Pisser! Ich habe sogar noch einen Field Goal geschafft. Ich glaube es ja nicht. Du Treckiger, nacker. Au. Der liegt auch auf dem Gras. Okay, warte. Du schaffst es, ich glaube an dich. Du schaffst es. Was? Was war das denn? War es nicht gut? Das war genial. Okay, ich fahre jetzt einfach mittendurch. Ich versuche möglichst nicht nach links und nach rechts zu nehmen, sondern einfach geradeaus weg zu fahren. Okay, lasse es auch alles machen, das ist scheiße. Das ist echt, ja. Wieso hören die... Halt auf zu buhen. Ich hab immerhin Autos gegessen. Was? I-O-E-A-O-E-A-N-A-I? Ach du Scheiße, da ist jemand beigetreten. Zurück. Ich hab irgendwie das gesagt, kein Namen. Nicht, Spielerdetails, ich bin so behindert. Ich hab auf 8 Spielen... Ma... Äh, warte, wie schreibt man nochmal? Keine Ahnung, ich suche... Fuck you, man. You suck. Was hab ich jetzt gemacht? Ähm... Warte, wie geht das? Äh, Dell. Entfernen. Danke. Ähm, ich glaub, wir beenden hier auch gleich den Part. Wir beleidigen den Typ noch ein bisschen und dann... Ja. Beenden wir den Part jetzt schon? Nein, noch nicht. I'm from Russia. We... ...ah... ...from... ...se... ...German Reich. I know Spike eigentlich. Ja, du mich auch. Also Leute, ähm, haut rein. Und, äh... ...wenn ihr mal Lust habt, könnt ihr mit Kishi flat out zocken. Ja. Und... ...ja, nur mit ihm. Also... ...ja. Äh... ...haut rein. Puh. Ähm, also... ...tschau, Leute, haut rein und beleidig diesen Huren so und da. Haut rein. Haut rein. Tschau. Tschau. Tschau.